Jo Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch hier auf Alphaus Meerwasser zu einer neuen Folge die zwei Stooges. Kaum ist das zweite Projekt am laufen, kümmern wir uns schon um das dritte. Weil wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Wassenberg, nach New Wave und dort wird dann das Becken von Thorsten geplant. Guckt was das kostet. Die Opa was verkaufen muss dafür. Ich denke nicht. Und was wir da auch noch in Auftrag geben werden, sind die neuen Springschutz für das Waterbox. Planen doch ohne. Dann geht doch noch alles gut. Aber das habt ihr ja gesehen. Ja, wir schauen uns da bei Florian ein bisschen um. Es sind schon sehr viele Videos da gemacht worden. Also schauen wir mal, was im Endeffekt tatsächlich wirkt. Aber Fakt ist, wir fahren jetzt hin und planen erstmal sein kleines Becken, was er im Kopf hat. Und ja. Es geht los. Es geht los. Bis dann. Lass mal laufen. Speichelplatz nochmal. Ich hab drei Karten mit. Jeweils 128 Kg, die können wir nicht voll. Ja, wie ist das? Da gehen die Batterien her. Ja, im Endeffekt sind wir wegen zwei Sachen hier. Einmal das neue Projekt von ihm. Zwei Meter Becken. Ja. Und was jetzt allerdings ein bisschen Vorrang hat, ist das hier. Der Springschutz, der für das Waterbox sein soll. Damit wir da dementsprechend auch Ruhe haben. Du hast jetzt ein aktuelles Becken. Wir haben jetzt einen Waterbox am Laufen. Also springende Fische. und brauchst als Übergang jetzt sicher. Bis jetzt springen sie nicht. Aber ich möchte sie auch nicht verlieren. Von daher gehe ich lieber auf Nummer sicher. Wir haben das mal ganz genau ausgemessen. Und die Maße sind tatsächlich so, wie sie da sind. Also wir haben sehr genau gearbeitet, wie du siehst. Vor allem einmal hier das erste Maß und das Liegemaß zum Schacht. Die Frage ist, macht man sowas am Stück oder teilt man das? Also ich würde da zumindest, also auch gerade in Bezug auf Handling, würde ich auf jeden Fall zweiteilig machen, glaube ich. Also man kann das sicherlich aus einem Stück machen, aber man kann ja da auch irgendwie noch Futterlugen einfräsen oder einarbeiten. Den Schacht würde ich aussparen. Den können wir im Prinzip, können wir komplett drüber gehen, weil da oben ist eine Abdeckung drauf. Das heißt also, diese Abdeckung könnten wir runter nehmen und könnten da im Prinzip, den müssten wir jetzt nicht aussparen. Ja, wir haben ja die Frage, ob wir dann nicht hinten sofort den Rahmen komplett durchgehen lassen und dann hier nur aussparen, wo die... Die Ausmauschen hin kommen. Ja genau. Und dann erst das Netz mehr oder weniger in dem Feld anarbeiten. Das können wir machen. Beziehungsweise zweiteilig dann. Das müsste ich, ja, so auf jeden Fall möglich. Das ist ein Coolback, hat keine Streben. Genau. Das hat keine Streben. 12 Millimeter Glasstärke rundherum. Und das, was da steht, sind die tatsächlichen Innenmaße. Okay, 12 Millimeter Wandstärke, ja? Ja. Weil die Auto, bitte? 1 Meter 53,6, was ist das? Wie viel? 1 Meter? 53,6. Und die Tiefe? Ja. Also plus 12, also plus 24? Plus 24. Also das heißt, ich habe hier einmal... Ja genau, da kommt aber dann hier auch nicht ganz hin, ne? Aber ist ja egal. Also ich gehe von den Innenmaßen aus, die ihr gemacht habt, da kommt dann die Falz rein zur Auflage, zur Arretierung und springe dann einfach 12 Millimeter nach außen. So. 12 Millimeter, eine Stärke. Der stört dich, würde dich auch nicht stören hier, die Strebe da? Nein, der würde mich nicht stören. Weil wir haben, von der Beleuchtung her sind da zwei Reflare drauf. Ja. Eine links, eine rechte. Also wir können mal im Prinzip in der Mitte eine Teilung machen. Das ist nicht weiter schlimm. Okay. Ja, oder du machst das aus einem Stück und machst dann zwei so Dinger, die du raushinkommst. Ja, das ging auch. Oder so. Das ist auch schon Dinger, aber geht auch. Ja, wahrscheinlich so wird das Beste. Wenn dann dann heißt, haltbar. Okay, das heißt, dann könnte man die Netze dann auch irgendwann austauschen, wenn man möchte, gegen Scheiden, die halt komplett aus einem Kunststoff sind. Also wenn du in Verdunstung oder du bist jetzt mal bei solchen Parteien unterwegs, dann kannst du die einfach setzen. Das heißt. Also einen Rahmen und dann die Inlays da vor allem. Und dann hast du halt mit diesen Mittelstelligkeiten. Ja. Und dann hast du zwei dieser Rahmen wieder rausgenommen. Ja. Das ist wahrscheinlich auf der Größe dann auch das einfachste. Mhm. Vermute ich mal. Ja, ist eine Möglichkeit. Also gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist dann halt eigentlich. Ich würde das mal zeichnen. Dann wird sie programmiert. Das ist kein Problem. Wir haben verschiedene Maschenbereiten. Wir haben uns jetzt auch ein schwarzes Netz oder Nino-Netz eingeschossen, weil die Refektion dann noch wesentlich geringer ist. Ja. Und da haben wir jetzt noch. Wir benutzen jetzt das von DMD. Das hat 6x6, glaube ich, Maschenweite. Ja. Das andere, das fand ich zwar ein bisschen schöner optisch, aber es scheint auch den ein oder anderen zu groß. Bei, ich glaube, 10x10 oder 12x10. Das ist so. Das ist viel teilweise. Weil du hast ja die, ich sag jetzt mal, die kleinen Fische, die halt Schrecker verrundeln und ähnlich. Das ist eine kleinere Maschenweite dann vielleicht dann doch schon besser. Du hattest, was hattest du jetzt drauf? Also, ich habe das dem Self-Bow-Kit von Let's See drauf gehabt. Der hat meine ich auch 6x6. Ja, das ist aber dann, wenn wir Reds irgendwie haben, kann ich ein transparentes Nino-Netz. Ne, ja. Auch schwarz. Auch schwarz? Okay. Das möchte auch schwarz sein. Ja, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja. Dann hast du diesen Alu-Arm, den musst du dann zusägen und dann hast du da auch diese Gummizucht drin und steckst das dann in den Arm rein. Und dann hast du dann einfach nur die Winkel, die dann ineinander steckst. Aber ich habe jetzt überall an diesen Winkelstücken die Salzkruste dran und ich glaube, dass ich daher mein Aluminium zeitweise gewenken hatte. Und da habe ich keinen Bock mehr daraus. Okay, ja. Sonst wird das im Endeffekt noch vom schneiden Aluminium-Spiel da irgendwo dran gehangen haben oder was auch immer. Das ist natürlich auch immer weniger schön. Gut, in dem Falle ausschließen. Ja. Ja. Hast du Fragen dazu oder wollt ihr das Zeichen mal? Also ich meine, bei solchen Spunkstützen muss man schon ein bisschen, vielleicht haben wir gleich welche in der Produktion. Muss ich vielleicht mal gucken. Die Fräse läuft schon den ganzen Tag. Wir haben nur ziemlich viel zu fräsen. Ich glaube, wir machen gleich eh einen Rundgang. Mhm. Von mir aus können wir jetzt auch mal reingehen. Ist zwar von der Lautstärke her, vielleicht ist es gerade nicht so normal, aber wir können vielleicht auch nochmal, wenn Bayern ist, durchgehen. Grobe Einschätzung? Preis-Technisch bei der Größe? Ich wirst du sagen, war nicht. Wollen wir denn jetzt hier 1,50 mal 1,70 oder 400 Euro oder so mitdrehen? Ich schätze mal um den, je nach Aufwand natürlich, bisschen auch so um den Dreh. Ja, nur damit, dass vielleicht, wenn man mal… Ja, wir rechnen immer netto. Das ist das Problem, was bei Bayern, also wir sind natürlich, also zwischen 300 und 500 Euro dann so. Aber das ist schon, also eher 400 als statt 500. Aber so in die Richtung wird das gehen. Aber das sind da wirklich auch genauso wie unsere Aquarien auch. Die sind immer alle individuell. Wir haben da eigentlich gleich 100 und kann da halt dann immer auch nur so ein Bauchgefühl geben. Aber tatsächlich, wie lange fräst der da drauf, dafür haben wir dann andere Programme. Aber so in die Richtung wird das… Wird das denn aus einem Stück aus, wie fräst der Rahmen? Ja, es kommt ja aus einem Stück. Also das ist nicht… Wow! Also das ist… Das hat man da auch mal relativ viel Verschnitt dran. Aber wir stückeln dann nicht das noch aus einem Stück. Wir haben dann auch noch schön die Radien dran, ne? Also… Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr noch die Maschine laufen sehen wollt, dann müssen wir jetzt gehen, bei unseren Lüften steht nicht still. Also das ist… Dann gehen wir jetzt mal kurz rein, würde ich sagen. Dann können wir mal gucken. Dann müssen wir mit dem Ton ein kleines bisschen gucken. Können wir ja dann nachher… Kannst ja dann ein Voice-Over machen. Ja. Machen. Gut dann. Gehen wir in die geheiligten Hallen. Gehen wir entlang. Gehen wir mit dem Das ist Zeit für ein Aquarium für C-Live, aber so werden die Platten, da ist es egal, ob das jetzt ist, es ist in dem Fall Acrylglas oder halt auch die Springstufen werden, das ist das Aquarium, das ist halt wie so ein mangroben Becken, was wir auf der Hinterzirme hatten, wirkt das auch so ein Cassiopeia-Mandrovensweilen-Aktronen. Das war für C-Live, das steht bis hier hinter der Trockenwand und der Besucher sieht dann halt, schaut durch die Scheibe und das ist jetzt eine Seitenscheibe und zwar die von dem Schacht, der ist gerade ausgefräst. So, wir haben informiert die gerade, aber wir haben, der Diener hat sich gerade einen Lusfer rausgeholt. Ja, das war eines der ersten, aber es ist halt aus einem Stück gefräst und da ist dann halt auch, das ist noch der ganz engmaschige, Gart so, das ist aber, finde ich, nicht geeignet dafür, weil sich hier auch relativ viel Feuchtigkeit drunter sieht und es reflektiert halt. Also, das war einer von den ganz, von den Anfängen, da hatten wir auch noch eine weiße Porde, aber vielleicht kann man das hier an dem Malch noch mal sehen. Das sind so die Aquarien, die, auch die Krantverstärkungen, die werden dann immer aus dem Ganzen gefräst, ne? Da muss ich jetzt vielleicht an Verschärkungen gelegt. Ja. Ja. Es besteht eigentlich das gerade fertige Aquarien, oder noch nicht ganz fertige Aquarien im Zuschnitt. Sei es ein kleines Filterbecken für Sandra Preiss, für so ein Kinderkrankenhaus. Oder ein etwas größeres Seepit. Wow. 25, ja, das ist, ne, auch einen Meter hoch, ne? Das ist für das Weefällchenbecken für einen Zoo, für einen Zoo in den Bergen in Norwegen. Und, ähm, ja, wo tun wir sonst noch? Fertige Becken, ihr hattet heute zwei Stück mitnehmen, glaube ich, ne? Ja, das sind eure, die ihr dann mitnehmen könnt. Einmal 2,70. Die werden eigentlich krachten jetzt, äh, eine Partition. Wir haben, wir haben ein kompletter Raumteiler, eine schwarze Seite. Das ist ein Becken, was zweiseitig einsehbar ist, auch beides mit so einem Rucksackablauf. Wahnsinn. Hier sind zwei Quarantänebecken, fünf zur Base. Die wollten halt auf PVC aufgrund von verschiedenen, äh, Erfahrungen, die sie halt bei den Fischen haben, die sie, ähm, gehalten wollen. Das soll ein wirkliches Material sein. Hier ist auch keine Akkutlast drin, sondern es war, äh, ESG-Scheibe. Und die kommt jetzt gerade noch so ein bisschen Litter, das Litterabteil und die Randverstärkung rein. Das ist zwei Meter lang, ich glaube 75 Strieg von 165 Strieg. Also, geht mal das in deinem Auto rein? Nicht ganz. Ich denke, du fährst Prost und Neid da weg. Beruflich. Ja. Das ist eben verpackt worden, das große Fünf-Meter-Becken. Das geht nach Israel. Stimmt, das hattet ihr in den Videos gehabt. Wow. Ja, hier haben wir nun nochmal ein blaues Aquarium, also es ist so blau poliert. Sehr selten geworden. Ist aber auch so ein sehr schwarzes Meer in Mode gekommen, ne? Ja, und die sind wirklich ganz poliert. Die Klebeabteilung. Ja. Das ist ein bisschen wärmer. Nicht gerade. Das Becken kennt man vielleicht. Aber das ist noch aufgearbeitet worden, wie ich jetzt im heißen Boden. Ja. Ja. Filterbecken. Hier. Gerade noch blau poliert. Auch für den Einstiegzug. Das sind so kleine Aufzugkreise für eine Larvenzucht in Dänemark. Mithunder. Also. Wahnsinn. Ja, das ist jetzt das. Neue. Ja. 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 Das reißt nur leider. Schneller ist das. Also ich hab da beim Reinmachen in den Alibaren, hab ich geflucht wie die Rohrspalze. Ja. Lass das anmachen. Ein bisschen. Ist auch so grob. Ist dann eher für Großfisch. Ja. Ja. Einfach. Ja. Das ist was für Leute mit Geduld. Fingerspitzengefühl. Also auch nicht für mich. Also für mich. Ich hab gefucht wie ein Rohrspatz. Ja. Aber das ist es. Das werden wir jetzt. Ja. Das sieht aber gut aus. Ja. Wir hatten da irgendwie. Ich glaub zwei Meter reingepackt oder so. Damit du das normal auch ein zweites Mal nutzen kannst. Das zweites Mal konnte ich das gar nicht nutzen. Den ersten hab ich direkt weggeschmissen. Ja. Also das Übungen haben. Ja. 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 Das ist mal so ein ganz kleiner. Vielleicht kommen wir gleich nochmal. Ja. Das ist dann die Nummer kleiner vom Torben, ja? Genau. Das ist der nächst kleinere. Der Torben hat einen 800er. Also 800 Durchschnitt. Der ist 500. 400. 300. 250. Das ist jetzt so. Schön die Räte. Ja. 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 So. Das geht schon. Äh. Ja. Das ist so. Das ist so die Standardmacht. 4 Meter. Aber wir haben hier noch anbauteile. Ja. 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 Gesehen wie es geht haben wir in einigen Videos schon. ist schon halt krass was mit dem Material alles möglich ist. Ja. Ja. Das ist ein schönes Mann. Ja. Da kann man viel mitmachen. Aber wissen wie. Ja. Ja. Da haben wir ja schon im Grund das gesehen was du haben willst. das kleine Becken muss aufstehen. Ich glaube dass meine Frau gerade verloren hat nachdem ich das gesehen habe. Oh ja. Weil. Du weißt schon dass du dich jetzt entscheiden musst. Ja das ist mir schon klar. Dafür sind wir hier. Mensch darfst du beitragen zu der Entscheidungsfindung. Meine Frau und ich sind zur Zeit am diskutieren. Ob wir auf die eine Wand gehen und das Becken 2 Meter mal 80 mal 55 machen. Und ich bin eigentlich immer dafür dass das auf die rechte Wand gehört. Weil es da nicht so gedrungen aussieht wie auf der kurzen Wand. Ja. Und auf der Wand haben wir 3 Meter und 80 Platz. Und wo ich das gar gesehen habe bin ich eigentlich wieder am davor das auf 3 Meter zu halten. Ich auch. Die Entscheidung die musst du natürlich zu Hause abklären aber. Ja. Du fragst ja auch wie groß der Preisunterschied da wäre. Ja ich meine das ist ja noch alles im Standard. Ob jetzt 2 oder 3 Meter. Also wenn man in dem Master bleibt ist natürlich dann vermehrter Materialunterschied. Aber ich kann das gerne rechnen. Also was. Dann sag mal an. Das eine war. 2 Meter mal 80 mal 55. Ja. Wasserstand. Wasserstand 55. Ja. Und. Das andere wäre 3 mal. 3 Meter mal wieder 70 oder 75. Müsste ich zu Hause noch nachmessen. Aber ich meine 75. Weil es wird ja den Braten jetzt nicht festmachen. 5 Zentimeter mehr oder weniger. Ne. Und auch die 55er Wasserstand? Genau. Mit Rucksack? Beide mit Rucksack. Die Frage ist ob man bei dem 3 Meter Becken rechts und links jeweils ein Rucksack noch. Also 2 Rucksack gemacht. Damit man die Oberfläche vernünftig abzieht. Und bei dem anderen hätten wir ich glaube 10 Zentimeter Platz für den breiten Rucksack auf der gesamten Fläche. Das heißt hinten an der Rückwand? Ne. Rechts. Also es wären beides Becken, wo bei dem einen wäre nur eine Seite einsichtbar, bei dem anderen zwei Seiten. Mhm. Ja. Wenn das hinten Zweizen gibt, brauche ich da ja keine Einstellungs-Aquarien. Ja. Versteht. Ähm. Ja. Kommt sich auch ein bisschen drauf an, wie du dann halt auch. Also sicherlich bekommt man das mit einem Heng oder mit einem Ablaufschaft betrieben. Kommt dann natürlich so ein bisschen auf die Umwälzung im Becken an. 12.000 Meter Pumpe. Plus dreimal mindestens 12.000 Liter an Umwälzung. Also sprich es würden da auch wieder Ocean Motion reinkommen, wie bei mir. Plus das soll bei ihm 3 reinkommen. Links, rechts, Mitte. Ja. Plus die Umwälzung, die dann aus dem Technikbecken rauskommt, da haben wir die 12.000er Alpen Aquabie dran. Ja genau. Die Frage ist, ob man beim 3 Meter das auf beiden Seiten macht, dass du das dann quasi bei der einen Seite hier Ablauf, Notüberlauf, Strömung hast und auf der anderen Seite Ablauf, Notüberlauf, Strömung, dass die gegenseitig drücken. Dann einfach nur mit der Ocean Motion das Vergebnis. Du wirst diese Strömung, die du da unten rausdrückst, nie statisch hinkriegen, weil die Ocean Motion ja grundsätzlich immer da durchgehen. Das ist auch wieder wichtig. Also wer ist eigentlich Platz, zwei Schäfte zu machen? Einer würde reichen miteinander. Auch von der Veroberung her. Und was sagt der Profi? Ja, ich dachte auch, es schadet auch nicht, wenn man zwei Stück hat, aber einer wird auf jeden Fall ausreichend. Ich denke, das ist auch eine Sache der Strömungsausrichtung, wie die Oberfläche weggedrückt wird. Klar, Rüfferfrau, alles. Es sind verschiedene Faktoren. Von der Fläche her kannst du ja durch den Ablauf genügend abziehen, wenn du ja da in dem Fall eine 70er Schachttiefe hast. Bei dem Volumen auf jeden Fall. Ja, also sowohl bei dem 2 Meter als auch bei dem 1 Meter Weg. Genau, richtig, ja. Okay. Also ich weiß nicht, wie die Wand da gestaltet ist. Also ich meine, wenn du ja sowieso nur eine Fronteinsicht hast und rechts und links die Überläufe hast, du willst es dann verkleiden. Ja genau. Und der Zugang, ist das eine Top-Mower-Wand, die da vorkommt? Oder würde ich... Würde mir aus Maloprofilen den Unterstrang selber bauen und mir auch die Verkleidung selber bauen. Also auch... Das war uns nicht eigentlich frei. Also das wird nicht hinter der Wand verschwinden. Nein. Okay, also so generell, da gibt es kein richtig oder kein falsch. Also sicherlich ist das machbar, aber okay. Das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, ob ich es machen würde oder nicht. Wenn ich doch auf die Rückseite zu machen, macht keinen Sinn, dass du sie wieder ran. Ja, genau. Vor allem nicht mit so einer Tiefe. Komm, man... Ist schwer. Ja, ja, geht ja. Ich meine, wenn das vorhanden ist, ist das sicherlich auch... Kann man das, glaube ich, ganz schön verhofen, ne? Auch wenn du kommst da relativ gut dran, also simetrisch, das... Ja. Funktioniert auf jeden Fall. Ich gehe hier in meinen Taschenrechner holen. Also... Wir haben einmal, zweimal... Ja, genau so. Und beide werden mit drei Öffnungen nach oben hin. Also okay, mit zwei Zugstreben in der Mitte, oder? Ja, genau. Wegen Beleuchtung oder was hast du da... Wegen Beleuchtung, weil wenn ich drei Lampen drüber hinne und nur einen Zugstreber habe, dann spielt mein innerer Monk da nicht mit. Was spielt da nicht mit? Mein innerer Monk. Ja. Okay. Dann brauche ich, dass die Lampen auch für irgendwann ewig begleiten werden. Boah. Bei HTI habe ich da gut gehofft. Sind dann noch dreimal 204er? Ja, klar. Nur dann, mit du da schonmal... Bei dem großen Becken sind es drei 204er, bei dem kleinen Becken sind es 353er. Dein Geld. Ich sage es dir nur. Wenn ich es einmal ausgebe, gebe ich es einmal aus. Das ist richtig. Davor, wo ich Angst habe. Ich baue mir das jetzt auf die kleinere Wand. Und sage ich mir dann immer, gucke ich rein und denke, auf der größeren hat hätte ich mehr Platz gehabt. Das ist... Damit musst du klar, doch. Ich finde jetzt, nachdem mein Becken umgezogen ist, auf der anderen, auf der neuen Position ist es auch sehr viel besser. Ja. Da hätte ich aber noch 20 cm dran machen. Ja. Wie geht das denn da hin? Wie viele Tricks sind, aber es wird schwierig. Das Seine ist gut. Das Becken ist so gut, wie es ist. Und bei der 3-Meter-Seite können wir denn auch den Abschlauchschacht statt 10 cm 15 cm machen? Ja. Aber auf der einen Ort haben wir definitiv. Wenn wir das Becken in 2 m machen, nur 10 cm Tiefe für den Schacht. Dann wird es eng in dem Schacht. 10 ist wenig. Das weiß ich nicht, ob das du auch machst. Also ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass die nicht sichtbaren Scheiben außer schwarzen Apfel werden. Und ein Hängerablauf. So, dann wären wir bei dem 2 m Becken, 2 m lang, 80 tief, 60 hoch, ungefähr bei knapp 4.000 Euro. Und bei dem 3 m mal 75, mal 60 bei knapp 5,5. Okay. Das ist so der... Da kommen aber dann noch die Steuern drauf. Da kämen aber noch mehr Steuern drauf, ja. Das ist jetzt auch ganz schnell gerechnet, grob gerechnet. Ja. Da müsste man dann auch nochmal mit dem Bleistift drangehen. Aber das ist ungefähr so die Preis-Range und der Preisunterschied der halt. Bei den Untergestellen würden bei beiden aber die 50 mm Alustreben reichen. Oder musste ich da die Geräte eins für nehmen? Ne, kommt davon wie viele Lastabtragungen du da unten hast. Also ich kenne jetzt, die Profile unterscheiden sich ja auch. Es gibt ja da Schwerlastprofile oder Ultraleichte. Wie auch immer, wir benutzen die 45er von Minitec. Die haben eine relativ hohe Lastabtragung und eine hohe Steifigkeit. Ja. Aber ich würde bei dem 3 m auf jeden Fall 4 Streben nach unten, also 4 Stützen nach unten. Und bei den 2 m 3 Stützen nach unten nehmen. Das sind jetzt Erfahrungswerte. Aber da gibt es auch so eine Berechnungskalkulationstabelle, die man nutzen kann. Und dann sind dann auch noch Scherkräfte, die man auffangen kann, indem man halt dann eine Diagonale reinzieht. Das sind halt... Okay. Aber der 45er reicht auf jeden Fall. Also ich würde da auf dieses Profil definitiv noch eine Verteilerplatte legen. Ob das jetzt eine Multiplex-Siebdruckplatte ist, BVC oder was auch immer, holen die Wünsche dazu. 15 bis 20 Millimeter. So nehmen wir jetzt eine Siebdruckplatte drunter. Das Verteiler nach unten, ja. Und dann 50 x 50er Bosch-Profile. Und obendrauf wieder eine Siebdruckplatte. Und das dann einfach mit Holz verkleiden, damit es hübsch aussieht. Ja. So war jetzt mein Gedanke da vom Gewicht. Bei den 2m war jetzt rechts und links eine 50er, in der Mitte eine 90er. Und dann würde ich bei den 3m einfach 4 Lastverteiler machen. Ja, oder 2 in der Mitte, also sowieso an den Ecken. Und dann 2 Stunden lang. Genau, das ist die Last auch da genau oben. Genau. Und dann heißt... Auf den 3m hättest du zwei Zwischenstrecken, die... Ja, das sind Dreiecksflächler am Meter etwa. Heißt aber auch, du kriegst das gleiche Spiel im Endeffekt wie bei mir. Du kriegst die Box von Aquaby nur seitlich rein. Du wirst dann nicht nach vorne rausziehen können, weil die Abstände zu groß sein werden. Zu klein sein werden. Und die brauchst dann... Wenn du sie dann irgendwann mal rausnehmen willst... Ich muss hier nicht hundertprozentig symmetrisch einplanen. Also wenn ich jetzt mal ausgehe von 3m und habe jetzt da einfach gerechnet 200mm Aluminium dazwischen. Ja, das heißt dann bin ich ja bei 2,80 m durch 3 Fächer. Bin hier rein. 93,1. Ja, genau. Das heißt, wenn die Box aber jetzt 95 m breit ist, das... Das sieht ja im Truppen noch. Wenn ich die jetzt mal stüppelt aus... Ja. Zumal ich, wenn ich den Rahmen unten komplett geschlossen halte, habe ich ja auch Spielraum leicht zu verschieben. Im überfüllten Zustand weniger. Aber zumindest, wenn jetzt da der Ablauf so geplant ist, du baust zuerst das Gestell und dann kommt jetzt die Box. Dann kannst du ja die Profile relativ leicht auch wieder... Ja. Mal kurz zusammenhalten. Und du hast den Rechten... Du bist ja nicht auf 3m. Du hast ja den... Der Ablaufschraft geht ja auch. Da hast du ja auch nur mal 15cm. Mhm. Also wäre ja das ganze Becken dann auf der Seite 3m. Du machst das Gestell auch breiter. Also eine ganze Länge. Genau. Dass du das dann halb Stunden verkleiden kannst an den Seiten, davon nichts siehst. Mhm. Okay. Ich hätte die Ecken auf jeden Fall als Lasterfrager genommen, ne? Das heißt, wenn wir jetzt... Ja, okay. Die Ecken werden sowieso... Ja. Wenn das jetzt hier in Aussicht ist, wenn das jetzt dieses... Das Becken steht auf den vier Stangen. Das ist schon richtig. Ja. Da eine, da eine, da eine. Da eine, dort eine. Und dann kehren hier die anderen beiden. Genau. Richtig. Und die Vorderstange... Die lässt du einfach nur weiter durchgehen, oder? Genau. Dann mache ich da einfach noch eine zwischen hin, dass ich da die Verkleidung dran machen kann. Also die Last steht schon, die vier sind schon unter dem Becken. Alles andere fände ich zu gefährlich. Also das hatte ich auch so bei dem anderen Becken geplant, weil da ist das genauso, dass dann die, ähm, dass der Ablaufschacht mit abgedeckt wird, aber die Last steht einfach auf den sechs Füßen, soll ich jetzt machen. In der Mitte. Und dann, dann unten dann halt auf die, auf die Siebelplatte drüber. Ja, ja. Das ist komplett Lastenpartei vom Boden. Ja, genau. Wobei ich habe da auch kein Problem, da leuchtet keine Fußbodenheizenbrotte und keine Rohrle. Das ist aber besser für deine Friesen. Ja. Vertraut mir. Das schon. Ich habe mir meinen dadurch versaut. Ja. Ne, das kommt auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, normalen muss man ja auch vorsichtig sein, wenn da die Fußbodenheizung drunter her läuft. Bei dem Gewicht wird es dann auch schon kritisch. Ja, die Punktlasten sind immer gefährlich. Wenn du da drunter hast. Wenn du die Streben einfach drüber, punkt da hinten am Stellfuß. Ja. Das wäre nicht so gut, aber wenn du ja grundsätzlich schon mal die Lasten auf dem Rahmen hast und der Rahmen nochmal unterseitig mit einer Verteilerplatte bestückt ist, dann verteilt sich die Last dann schon noch ganz gut. Gut. Ich würde dir auch jeden an deiner Zeichnung solitär stehen. So auch noch mal drunter. Ja, genau. Dass das ein Würfel wird. So hatte ich mir das jetzt ausgerechnet. Ja. Jetzt musst du dir mal so nebenbei entscheiden. Ja, das würde ich sagen. Also musst du definitiv nicht. Aber ich weiß, wo die Richtung hingeht. Das war ja eine Frage. Dass man jetzt erstmal wissen, in welche Richtung du willst. Wie viel Vorlauf brauchst du für das Becken? Wir sind derzeit bei 12 bis 14 Wochen. Also das heißt, drei bis vier Monate schon. Das heißt, wenn wir das in den vierten Quartal machen wollen, muss ich im Juni spätestens Bescheid sagen, dass wir es im September, Oktober haben. Richtig? Ja, wir haben auch diesen Sommer, ich gucke auf den Kalender, haben wir geplant, Betriebsferien zu machen vom 12. Juli bis 12. August. Die rechne ich mal einfach da raus. Aber es ist ja auch ein bisschen Planung und das passt schon. Also wenn du ja schon weißt, dass es im Oktober da sein soll, dann würde ich dich bitten, vielleicht vor unserem Urlaub zu bestellen. Das heißt dann Anfang Juli, sodass wir das dann eintakten können, dass wir sofort, nachdem wir dann frisch bis voller Elan dann loslegen können und mit einem Becken starten. Also Anfang Juli weiß ich das definitiv, wie das da drin kommt. Bis dahin ist das Thema mit der Regierung durch. Ja. Ich könnte das jetzt allein entscheiden, aber das mache ich nicht. Besser ist das. Ja, da draußen nicht. Nicht wegen Hausgrüben, die hatten wir da freie Hand gelassen, aber ich bin ein fairer Menschen, dann spreche ich das mit. Weil sie auch immer jemand ist, der auch mit pflegt und alles. Von daher hört sich das so. Ja, aber dann weiß ich schon mal, wo die Gruppereise hingeht. Und wir haben gesehen, wie es aussehen könnte. Ja. Wir können ja gleich nochmal in Ruhe gucken, wenn dann, wie gesagt. Ja. Also, ich geh nicht. Ich sagte nicht mal, ich hätte besser 1 Kilometer mehr genommen. Und von daher. Es gilt nicht immer, haben wir es besser wie brauchen. Aber das ist deine Entscheidung. Dafür sind wir ja die Antworten. Ja. Der Unterschied an Volumen ist nicht so gravier.